ALARM! Boah, Scheiße! Munition getroffen! Munition getroffen! Alarm, Alarm! Es geht weiter, es geht weiter mit Cosmo-Tier, liebe Leute! Willkommen! Ja, wir haben kein Geldproblem! Nein! Wir haben zwei Bergbau-Laser eingebaut und es geht los! Wir gehen noch ein bisschen... Zeug farmen... Warte mal, kann ich auch? Habe ich eigentlich noch Geld für Triebwerke? Warte mal... Äh... Ne... Wir gehen kaufen... Äh, Farmen! Entschuldigung! Guck mal jetzt... Ja! Sehr gut! Ja, so sieht das aus... Guck mal, wir haben so viele Zellen hier... Die können wir gar nicht aufbrauchen... Guck mal, wie viel Eisen jetzt wir haben... Äh, wie viel Eisen wir jetzt hier haben... So, Deutsch... Deutsch ist immer schwer... Guck mal, jetzt können wir mal dahin... Wir wollen die Signale nochmal abfarmen... Ich meine, wir treiben dahin... Entschuldigung! Ich meine, wir treiben... Eigentlich ist das schon ein echt kleines Raubschiff! Ne? Irgendwie so... Ach du Scheiße! Zwei Kontakte? Stopp! Alarm! 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 Alle Mann auf Gefäßstation! Oh nein! Es geht los! Alle Mann auf Gefäßstation! Das wird natürlich ein Sieg! Oh Gott! Das hat er davor auch gesagt! Wir sind explodiert! Okay... Wir ballern direkt auf... ...die Kanone! Yeah! Bam 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 bam! Yeah! Ja! Yeah! Ja, und die Laser schießen ja auch mit! Das hab ich auch vergessen! So, das ist Geschichte! Und das hier! Schießt das natürlich in den Popo! Aber wir sind besser gepassert als vorhin! Oh! Das war ein bisschen zu viel des Guten! Aber sowas passiert nun mal! Alarm! Alarm! Sehr schön! So, dann da rüber! Oh ja! Munition! Davon haben wir ja so wenig! Da können wir jetzt zum Beispiel aufhören das einzusammeln! Also... Munition brauchen wir echt nicht mehr! Das können wir jetzt ja bauen! So! Reparado! Jetzt gucken wir mal gerade, ob ich ein Triebwerk bauen kann! Äh, nein! Jetzt fehlen noch zwei große Spulen! Wir können doch nicht mal die kleinen bauen! So war jetzt das Fragezeichen! War das jetzt das Fragezeichen? Oder... Das schien es gewesen zu sein, oder? Dann jetzt da hin! Oh ja! Hier ist noch eins! Da ist Schwefel! Schwefel! Schwefel mich nochmal! Oh! Das ist gut! Tristahl! Jetzt haben wir auch den besseren Laser! Alter! Das können wir ja richtig... Oh! Scheiße! Der war doch gerade noch 1, Ja gut! Das war nicht sehr... Alter! Guck mal! Wir haben voll die Breitseite kassiert! Alarm! Alarm! Boah! Scheiße! Munition getroffen! Munition getroffen! Wir haben auch einen guten Treffer... ...kass... äh... gelandet! Komm schon! Das muss weg! Komm, wir brauchen noch einen guten Treffer! Ja! Boah! Ich überlege gerade, wo ich hinschießen soll! Der will mich rampen, oder was? Ich glaube, wir haben ziemlich viel Crew verloren! Alter, wie viel Crew habe ich verloren? Ich habe fast alles verloren! Achso, die sind noch alle draußen am... ...alle zurückkommen! Wir haben es geschafft! Natürlich haben wir es geschafft! Jetzt müssen wir das Feuer löschen, bevor wir explodieren! Ah! Ah! Gott sei Dank! Alter! Nein, Jonathan! Ist der tot? Wie viele tote Crewmen haben wir denn jetzt hier eigentlich? Alter, viel zu übel! Das war cool, oder? Richtig episch! Okay, jetzt sammeln wir erstmal einen! Ja, das war's wohl mit reparieren! Aber das muss ich jetzt hinnehmen hier! Okay! Okay, pass auf! Ich baue noch einen Lagerraum! Ich bin hier! 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 Ja, ich bin hier! Ich will es eigentlich gar nicht verkaufen, aber Okay, so jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, jetzt können wir wieder ein bisschen einsammeln Wow Ich würde das jetzt gerne verarbeiten, aber ich glaube wir sollten jetzt erstmal zurückfliegen Wir kommen zurück, wir haben eine sehr erfolgreiche Mission absolviert Und nein, wir haben, es war alles okay, es war überhaupt gar kein Problem Sehr schön, sehr schön Ach guck mal hier Oh, das ist aber nice Und zwei haben wir schon abgeschlossen Okay Ja, was sollen wir machen, wir müssen halt so oder so weg Der Rest bleibt aber Jetzt müssen wir alles raus Ja, das können wir auch reparieren, ist ja auch egal Aber das ist eine Schwachstelle hier Das ist, das habe ich überhaupt gar nicht, äh, am Schirm gehabt Ne, das geht halt gar nicht Das müssen wir ja schon irgendwie Mindestens so Minimal Minimalisieren Okay Okay Okay, das haben wir da Dann, äh, Crew Gucken, ob wir was verloren haben oder nicht Oder wie auch immer Ach ja, ein bisschen Schwund ist immer So Okay Ich sehe das immer nie mit den Gunnern Ähm Jetzt habe ich gar keine Punktverteidigung, aber Ich will eigentlich auch gar keine bauen Also irgendwie Irgendwie Äh, äh Das ist trotzdem gar eine gute Verteidigung hier Ich muss das nochmal anders machen Eher so Und dann so Ein bisschen mehr, ne Ne, halt, jetzt habe ich das Scheiße gebaut Ach, egal Ist auch egal Okay So Munition Ähm Triebwerk Gucken wir mal Weil ich bin ein bisschen lahm Das muss ja nicht Muss ja nicht so sein Aha Sehr schön Ich müsste die alle so einlassen Guck Dann sind die alle viel besser gepanzert Ich könnte natürlich auch So machen Ich glaube, das mache ich jetzt generell Das ist eigentlich die Idee Geil Ich bin begeistert von mir Was ist vorne? Das oder dies? Das wissen wir nicht genau Hier würde ich sogar Einen nach vorne gehen So So, pass auf Und jetzt verbessern wir das noch Nicht genügend Guthaben Aha Naja, besser als gar nichts Okay, dann los geht's Wo haben wir denn Ziele? Ja, dann machen wir den da Geh mal einmal so hoch Sollte ja ein Klacks werden Oh, ich muss noch Schwefel holen Schwefel Du bist so wunderbar Schwefel Das ist vielleicht ein bisschen zu viel Wir werden's gleich sehen Wo kommt der da? Komm her, mein Kleiner Komm doch her Dann nicht Ja, ich bräuchte ja nicht jetzt viel mehr Eisen Können wir auch größere Lagerräume bauen Kupfer ist noch kein Thema Ey, der hat mich gerammt Polizei Kupfer Uran Jo, läuft doch Drei Stück Guck mal Die produzieren das gar nicht Irgendwie nur auf Auf Tasche Ich glaube ich muss das dann Quasi forcen Können wir doch jetzt machen Also Kommt der hier hin? Der kommt hier hin Ne, der fliegt ja mir vorbei, oder? Ja Hätte mich jetzt auch gewundert Nein, ich hab'n Lagerraum abgebrochen Ich vollidiot Ist aber auch dämlich Mal mach'n es mal so Okay Wo will der hin? Weg Okay So Das ist immer noch alles Für die Cuts hier Was ich hier mache Irgendwie So Also wieder reinholen Okay So, da haben wir noch mehr Eisen Er will nicht alles holen, weil wir nicht alles haben können Oder was? Aber warum nicht? Wir haben genug Platz Habe ich jetzt Ah ne, warte mal Da soll alles rein Nur das hier wird dafür Ja Okay, jetzt möchte ich nochmal gucken Da ist das Pass auf, jetzt kommt hier das nächste hin So So, und dann sieht's schon wieder okay aus Ne? Ich glaube, damit können wir arbeiten Das kommt hier hin So So, dann das noch Sehr schön Cool, jetzt haben wir eine Ausgangsbasis Um es mal ein bisschen selbstständig zu machen hier Ein bisschen Geld sparen Mit den ganzen Metallplatten Ich fuhre mal dankt Und weiter Ne, ja Obwohl Komm Was soll's Aber abbauen will er das auch nicht, ja? Ah Wie weit ich da durchbauen muss Oh, oh Okay Ich weiß nicht Soll ich's einsammeln? Wir müssen nach da hinten durch Wir müssen nach China Okay Okay Okay, los geht's. Yo, 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 was haben wir denn hier? Dreckig abspeichern. Was ist da passiert? Scheiße, Raketen. Oh, Mist. Und ich bin vor so einem scheiß Felsen. Die Raketen treffen mich. Bam. Krieg ich jetzt echt nicht gebrauchen. Egal, wir müssen auf den Reaktor. Wo schießen die Raketen eigentlich raus? Ich seh das gar nicht. Wie sieht's aus? Ich hab... Oh, guck mal. Kurz zum Explodieren. Uiuiuiuiui. Hypersprung-Relays. Hab ich jetzt irgendwas gefunden? Ich glaub, die hatten so ein Modul dabei, ne? Okay, das ist natürlich auch wieder blöd. Okay. Okay, dann... Ne, wir waren noch nicht mal da. Hä? Wir haben doch gar keinen zurückgelassen. Ach, kann sein. Kaufen halt neue. Okay. Wir müssen einfach... Guck mal. Hier, beste Verteidigung, die es gibt. Steckt einfach vorne drin. Ja, wir haben so ein bisschen Meteorit. Ja, kein Problem. Steck's da vorne zwischen die Kanonen. Sehr schön. Aber wir haben ja genug Schwefel. Mal so. Erstmal handeln. Ich hab echt kein Eisen mehr. Krass. Krass. Heftig. Ich hab doch alles repariert. Aber wir sind im Minus. Wie hab ich das denn geschafft? Was ist hier los? Ich... 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 Ich glaube, ich muss erstmal die Mission machen. Boah, überall Eisen. Na gut. Komm, das kostet doch nix. Das kostet doch nix. Yo, guck mal, wie groß! Jetzt hab ich gar nicht nach der Crew geguckt. Ich... ... Ich... 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 with... alle zurück, zum Verarbeiten. So. Weiterarbeiten, weiterarbeiten. Okay. Hä? Habe ich es jetzt abgebrochen? Ne, habe ich nicht. Einfach zu wenig Metallus Maximus, aber das ist kein Problem. Geht doch. Yeah. Mehr Farmen. Woo. Los geht's. Ist auch noch eins. Alles verschmilzt. Ich wette, wir sind immer wieder total langsam. Okay, dann hatten wir noch ganz viel. Dann haben wir da noch einen kleinen... Können wir die Triebwick auch jetzt da anbringen und dann hier noch mehr Lagerraum reinmachen. Ja, Lagerraum ist einfach das A und O zum Geld scheffeln. Den da. Ja, du schaffst das schon. Sehr schön. Okay. Das war Koh... Kohlenstoff. Warte mal, Kohlenstoff. Ich will das aber jetzt... Nicht jetzt schon alles irgendwie sammeln. Das behalte ich sonst für immer und... Keine Ahnung. Ist mir jetzt egal. Können wir immer noch. Aber es gibt viel mehr auch im ersten System. Das haben sie geändert. Meine ich. Ja, ich brauche mehr Stallplattenlager. Ja, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Wenn die hier arbeiten, können wir nämlich erstmal zurückfliegen. Obwohl, ich will hier noch einsammeln, die Sachen. Warum kostet mich das Guthaben, wenn ich das Schiff baue irgendwo anders? Was soll das denn? Ich blick da nicht durch. Jo, arbeitet meine kleinen Bienchen. Komm, wir bringen das mal zurück und dann gehen wir mal ein bisschen Kopf gelten. Wir müssen das ja jetzt mal loswerden. Munition haben wir ja genug. Schwefel kann ich jetzt auch mal verkaufen. Der, das Schwefel. Ja, wir sind schon wieder langsamer geworden. Aber was soll's? Ist halt so. Die Spuren wollte ich jetzt nicht verkaufen. Jetzt haben wir nochmal 7000. Guck mal, wir haben gar keine Tür. Aber doch, da haben sie eine Tür. Okay, egal. So. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Ja, ich meine Punkt Verteidigung. Ich weiß ja nicht. Kostet mich ja eigentlich nichts. Ne? Wenigstens irgendwas. Ah, dann fliegen wir bestimmt mal wieder zu weit nach vorne und so. Naja, wir werden's sehen. So, auf geht's. Erstmal den hier. Dann machen wir den jetzt endlich mal. Los geht's, mein fliegender Dildo. Äh, Raumschiff. Wie kann der nur? Auf geht's. Bis zu einer Endlichkeit und noch viel weiter. F1, Lanzelot. Achso, wir haben nur das eine Schiff. Ja, größere, größere, größere. Größere Schilder wären jetzt super. Das ist ein Hypersprung-Relais zum Wegspringen. Aha. Zwei sind's schon. Achso, sind dann immer zwei kleine. Soweit ich weiß. Okay. Der macht das Ding weg. Wow, was ist denn los? Wie schnell ist den da? Oh nein, wir haben einen Antrieb verloren. Und Feuer haben wir auch hinten. Ich hab vergessen, die Crew nachzukaufen. Das wollte ich dann noch machen. Oh, tut mir leid. Ist da was explodiert? Kein Mitleid. Hä? Der ist noch gar nicht kaputt. Der will mich rammen. Das wäre jetzt natürlich ein Problem. Wir brennen! Bumm! Lass mal alle zurückkommen nochmal. Es ist mir nämlich schon mal passiert, dass wir abgefackelt sind. Ganz am Anfang. Dann so, oh, was ist los? Bumm! Ich muss eine Spulenfabrik bauen. Das haben wir ja nicht so gut überstanden hier. Was ist denn auf einmal los? Ich meine, ich bin froh, dass es härter geworden ist. Keine Frage. Ah. Wie lange muss ich denn da noch hin? Okay. Na gut, wir haben ja Eintrieb weniger. So. Okay. Sehr schön. Okay, dann bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen, liebe Leute, haut rein.